Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes einmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr einen schönen Start in die neue Woche hattet. Wir haben jetzt die Halbzeit schon erreicht. Ich freue mich sehr, heute dieses Video für euch drehen zu dürfen und wünsche euch als erstes einmal, falls ihr krank sein solltet, gute Besserung. Ich habe heute einen gemischten DM- und Rossmann-Haul für euch. Ein paar der Produkte habt ihr vielleicht in meinen letzten Videos schon entdecken können, aber für alle, die neu sind, ich zeige euch sehr gerne, was ich gekauft habe und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Das erste Produkt ist dieses hier und zwar ist es die Lidschattenpalette, einer der neuen Trendeditionen von Essence. Sie nennt sich Bronze This Way und es hat dieses super süße Leoparden-Design hier draußen und fühlt sich auch ganz, ganz samtig an. Das hier sind die Farben in dieser Palette. Wie ihr seht, es sind matte Farben drin, es sind schimmernde Töne drin und auch ein Glitterton. Ich habe zu der ganzen Limited Edition auch ein eigenes Video gedreht, das werde ich euch hier oben verlinken und dann könnt ihr sehr gerne dort vorbeischauen nach diesem Video. Falls ihr meinem Vlog-Kanal gar nicht folgt und es auch so hier vielleicht irgendwie verpasst haben solltet, wir sind ja umgezogen und ich habe meine Pinzette geopfert, um hier so die letzten Reste von so einem Band abzuziehen, damit man diese scharfen Malfarben-Ränder an der Wand hat. Wow, was war das für eine Erklärung. Das Kreppband beim Streichen habe ich mit meiner Pinzette abgezogen. Jetzt ist sie ganz stumpf und deswegen musste ich eine neue Pinzette kaufen, damit ich damit wieder meine Augenbrauen zupfen kann. Und ja, ich habe mich jetzt für diese entschieden. Das ist die von For Your Beauty, also von Rossmann. Das ist die Kombi-Pinzette und was ich an der richtig cool finde, ist, dass die so mega spitz zuläuft und man kann da wirklich jedes Haar mit greifen. Gefällt mir mega gut. Ich hatte echt schon lange keine Pinzette mehr, die so gut war wie dieser hier. Ich habe sie nämlich schon ausgetestet. Dann haben wir bei DM einfach nur so Bedarfsartikel auch gekauft, unter anderem auch Mundwasser, jetzt sehr unspektakulär wahrscheinlich für die meisten. Das ist das Antibakterielle Mundhygiene Mundspülung, die ohne Alkohol und ohne Ethanol. Und ich brauche einfach immer Mundspülung. Mein Mund fühlt sich erst nach dem Zähneputzen richtig sauber an, wenn ich Mundspülung benutzt habe. Und wie gesagt, falls ihr jetzt meine Umzugsvlogs verfolgt habt, dann habt ihr gesehen, dass wir jetzt eine Badewanne haben. Und damit ist ein so, so großer Wunsch von mir jetzt in Erfüllung gegangen. In unserer letzten Wohnung hatten wir jetzt acht Jahre lang keine Badewanne. Davor in der Wohnung hatten wir eine. Und jetzt haben wir endlich wieder eine. Und ich kaufe jetzt alle Duschbadekugeln und Schäume und Badesalze, die es auf dieser Welt gibt, weil ich sie alle austesten muss, was ich in den letzten Jahren verpasst habe. Unter anderem habe ich mir jetzt dieses hier mitgenommen, das von Balea, also von DM. Badesalz erhol dich und Leute, das kann ich momentan wirklich gut gebrauchen. Also das ist ein Motto, dem ich sehr gerne nachkommen möchte. Und ich freue mich, es soll mit dem Duft von Granatapfel und Orange sein. Ich freue mich so sehr drauf. Schreibt mir, oh ja, schreibt mir euer allerliebstes Badeprodukt bitte einmal in die Kommentare. Egal ob Badekugel, Badesalz, Badezusatz, völlig egal welche Marke. Ich habe voll viele Sachen von Lash schon in meinem Urlaub ausprobiert. Schreibt mir alles in die Kommentare. Dann habe ich mir diesen Pencil gekauft. Auch den konntet ihr schon sehen in dem Video zur Bronze This Way Trendedition. Der gehört nämlich ebenfalls dazu und hat dieses wunderschöne Leo-Muster da drauf. Ach Leute, ich finde den so wunderschön. Es ist halt in so einer Fächerform. Und ob der gut ist oder nicht, könnt ihr dann im Video ja euch anschauen. Der ist so unglaublich schön. Ich freue mich so darüber. Ich habe ja so ein kleines Pinselproblem. Ich liebe Pinsel einfach so sehr. Dann habe ich ein Concealer geschenkt bekommen. Und zwar diesen hier. Das ist von Maybelline, der Fit Me Concealer in der Farbe 20. Ich bin gespannt. Ich habe sonst immer den in der 09, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der hier zu dunkel sein wird. Aber wie gesagt, er ist ein Geschenk. Aber ich liebe die Formulierung von diesem Concealer. Ich habe ja trockene Haut. Und ich finde immer, der lässt sich so schön ausblenden. Und es ist so richtig beuchtigkeitsspendend auch. Und nicht so trocken. Es legt sich nicht in die Fältchen. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und es gibt auch wirklich eine sehr, sehr schöne Farbauswahl, wie ich finde. Kommen wir als nächstes zu einem Produkt, was ich sogar heute schon trage. Einfach, damit ich es euch zeigen kann. Und zwar einer von den Liquid Lipsticks. Den neuen von Catrice. Ich bin tatsächlich ja mittlerweile wieder ein bisschen mehr zu Lippenstiften zurückgekehrt. Also die auch richtig in der Stiftform sind. Und trage eher weniger Liquid Lipsticks. Weil ich das immer nicht so mag, wenn meine Lippen dann sich so trocken anfühlen. Und ich muss sagen, ja. Auch der macht die Lippen ein bisschen trocken. Ist logisch, es trocknet komplett durch. Das ist übrigens einer von den Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipsticks. Die sollen bis zu 12 Stunden halten. Und ich habe die Farbe 010. Trust in me. Und auch wenn es die Lippenfältchen ein bisschen betut. Und auch wenn es ein bisschen trocken ist. Ist es auf jeden Fall nicht so, dass ich den die ganze Zeit spüre. Also er ist super leicht auf den Lippen. Kommen wir zu einem Produkt aus einer anderen Trendedition von Essence. Und zwar der High Beauty Trendedition. Auch zu diesen ganzen Produkten habe ich ein eigenes Video gemacht. Das werde ich euch ebenfalls hier oben verlinken. Ihr könnt sehr gerne nach dem Video auch da vorbeischauen. Ich verlinke es auch immer alles am Ende. Dann geht nichts verloren. Ihr könnt da immer noch hinfinden. Und ich habe mir dieses Produkt hier mitgenommen. Das ist der Under Eye Brightening Concealer. In der Farbe 01 Rosé Beige. Und ja, den habe ich mit euch getestet. Ich habe ihn seitdem sehr, sehr häufig benutzt. Ich finde ihn klasse. Spoiler Alarm. Ja, wirklich. Also, falls ihr da noch rankommt. Ich denke mal schon. Holt ihn euch. Dann hat mein Mann sich noch etwas mitgenommen. Und ich finde das richtig cool, dass er über sowas nachdenkt und immer sehr gepflegt sein möchte. Und das finde ich echt toll. Auch wenn Leute es vielleicht komisch finden, dass man sowas zeigt. Aber einen Nasen- und Ohrhaarschneider. Und ich glaube, das ist so etwas, was viele einfach nicht ansprechen oder darüber reden oder so. Aber das ist auch einfach nur ein ganz normaler Teil der Körperhygiene, wenn man sich darum kümmert. Und deswegen finde ich das sehr cool, dass er sich den jetzt ausgesucht hat. Und ja, ist halt für ihn. Dann habe ich noch ein paar andere Produkte aus der High Beauty Reihe jetzt hier. Falls ihr das Video gesehen habt, wisst ihr es. Falls nicht, zeige ich sie euch jetzt noch. Und zwar einmal die Mascara. Das ist die vegane Volume Mascara. Und die hat einfach ein Fasernbürstchen. Okay, ihr seht einfach gar nichts. Jetzt ein Fasernbürstchen, was so ein bisschen spitzer zuläuft. Und die durfte auf jeden Fall auch mit fürs Video. Genau wie das Puder aus der Trend Edition. Das ist so ein bisschen grün. Das ist auf jeden Fall so ein kleines Hanfblatt noch drin. Und das Puder ist halt an sich grün. Es ist aber das Translucent Powder. Also es ist nicht so krass grün wie in der Packe im Gesicht. Aber das seht ihr dann ja auch im Video. Außerdem habe ich dann auch noch die Lippenpflege aus der Trend Edition gekauft. Die sieht so aus. Sieht so ein bisschen rosa. Allgemein gefällt mir das Packaging dieser Trend Edition irgendwie nicht so gut. Das ist der Caring Lip Balm. Und der ist mit Hanfsahnenöl sowie alles aus der Trend Edition. Dann habe ich aus Versehen den Nagelknipser von meinem Mann zerstört vor dem Umzug. Der war aber auch schon richtig alt. Und deswegen hat er sich jetzt auch einen neuen mitgenommen. Der ist von For Your Beauty, also auch von Rossmann. Der Maniküre-Nagelknipser in klein. Scheinbar gibt es den auch noch groß, wenn man ihn extra klein nennen muss. Ja, einmal das auf jeden Fall noch. Dann bin ich richtig verunsichert gewesen, ob ich euch das schon in meinem letzten Haul gezeigt habe. Also ob ich das schon letzten Monat vor dem Haul gekauft habe oder erst danach. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall habe ich ja dieses weiße Häschen von Volution gekauft, von der Osteraktion dieses Jahr. Und das sieht von innen so aus. Und tatsächlich kommt diese Woche noch ein Video zu diesem Häschen hier. Ich denke mal sogar am Freitag direkt, indem ich euch dann jeweils zwei Looks mit dieser Palette schminke. Denn ganz, ganz viele haben die jetzt, glaube ich, auch im Ausverkauf gekauft. Für 5 Euro gab es die bei Rossmann. Ich habe die nämlich noch zum vollen Preis gekauft. Oder generell haben die sich bestimmt sicherlich viele geholt. Und ich dachte, dann kann ich euch ein bisschen Inspiration geben. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Produkte aus der Bronze This Way Trend Edition. Und zwar einmal das Blush, was so aussieht. Das ist das Baked Bronzy Blush. Und das sieht so, so schön aus. Es ist ein bisschen dunkel für mich. Aber für so einen richtigen glowy, bronzy Look finde ich das auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und dann habe ich noch den Bronzer hier. Die Produkte habe ich übrigens bei Cosmetic for Less bestellt. Ich weiß aber, dass sie in Dermond Rossmann und in den Müller auf jeden Fall einziehen werden. Nach und nach. Bis Juli gibt es die sogar noch, diese Trend Edition. Also da müsst ihr dann einfach mal warten. Ihr findet sie auf jeden Fall aber in der Drogerie dann. Und ich habe noch den Bronzer mitgenommen, der dieses super süße Leo Muster hat. Und das ist der Bronze This Way Matte Bronzer in der Variante Darker Skin. Weil ich fand, dass der kühler aussieht als der für Lighter Skin. Was ich super verwirrend finde. Habe den für Lighter Skin aber ja noch nicht vor mir im Laden gesehen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall mal abchecken, wenn ich die dann irgendwann in den nächsten Wochen hier bei mir finden werde. Und da ich momentan ganz schöne Farbprobleme hatte, wenn ich wirklich mal Lust hatte, Foundation zu tragen. Weil die meisten mir einfach viel zu dunkel sind im Moment. Ich hatte dann noch ein paar, die heller sind. Aber da konnte ich die Formulierung dann momentan nicht so gut vertragen. Weil die dann einfach zu trocken auf meiner Haut aussah. Und deswegen dachte ich, wird es Zeit, dass ich nochmal eine neue Foundation ausprobiere. Und habe mir dann neulich einfach noch diese hier von Essence mitgenommen. Das ist die Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Makeup Foundation. Und ich habe sie in der Farbe 05 Soft Cream mitgenommen. Ich hoffe, dass die sehr hell ist und dass die sehr gelb ist. Denn das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich möchte. Es gab ja wegen der ganzen Corona-Thematik oder gibt es keine Tester. Und das finde ich auch gut. Deswegen hoffe ich, sie passt. Mal sehen. Außerdem habe ich jetzt gerade noch ein Produkt hier vor mir liegen, was ich euch kurz zeige. Das ist also von Revolution. Diese kleine Schokoladentafel hier. Und das ist so eine Highlighter-Palette. Und ich finde die so schön. Ich habe die heute Morgen benutzt, deswegen liegt sie noch hier. Revolution ist ja auch eine Drogeriemarke, aber das bekommt ihr leider nicht im Rossmann. Sondern nur online. Ich dachte, ich zeige es euch trotzdem. Ich habe nämlich noch ein ganzes Video hochgeladen, wo ich neues Makeup mit euch zusammen teste. Auch das werde ich euch hier oben verlinken. Falls ihr Lust habt, schaut sehr gerne vorbei. Das war jetzt mein kleiner Drogerie-Haul für den Monat Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Führt euch gedrückt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.